Moskau, 30 Jahre nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Am Ufer der Moskwa recken sich die Türme eines neuen Büro- und Geschäftsviertels in die Höhe, stellen ein Bild des neuen Russlands zur Schau. Nicht weit davon entfernt, über dem Kreml, leuchtet der rote Stern aus Sowjetzeit. Auf dem Roten Platz, im Mausoleum, liegt noch immer der Führer der Oktoberrevolution von 1917, Wladimir Ilyich Lenin. Die langen Schlangen vor dem Mausoleum sind verschwunden, doch der Kreml ist das Zentrum der Macht geblieben. Von hier aus regiert Wladimir Putin, der Präsident der Russischen Föderation. Er lenkt einen Staat, der auch ohne die einstigen Sowjetrepubliken noch immer der flächenmäßig größte der Welt ist, Russland. Im Kreml feiert sich die neue Macht. Aber überall im Land behaupten sich die alten Symbole. Das Erbe der einstigen Sowjetunion ist kein Leichtes. Das sowjetische Imperium umfasste ein Sechstel der Erdoberfläche mit 280 Millionen Einwohnern. Der Zusammenbruch des Riesenlandes 1991 war einzigartig. Eine Großmacht hatte sich selbst abgeschafft. 15 neue Staaten ringen seither um ihren Platz im Weltgefüge. Manche orientieren sich in Richtung Westeuropa, andere nach China. Aber alle definieren sich auch durch ihre Beziehung zu Russland. Heute weht statt des roten Sowjetbanners die russische Flagge über dem Kreml. Der Zusammenbruch der Sowjetunion verband sich mit Hoffnung auf Unabhängigkeit und Wohlstand, auch für die ehemaligen Sowjetrepubliken. Was ist geblieben von den damaligen Träumen? Wie sieht die neue Freiheit aus? Welche alten Konflikte sind neu entflammt? Wer hat was gewonnen und was verloren? Und welche Rolle spielt Russland im post-sowjetischen Machtgefüge? Moskau heute. Auf den ersten Blick unterscheidet sich die russische Metropole kaum von westlichen Weltstädten. Konsum ist angesagt. Doch selbst in der reichen Hauptstadt ist für viele Menschen das Kapitel Sowjetunion nicht abgeschlossen. Die Geschichte sitzt tief. Und so vergleichen sie. Was waren die alten Zeiten wert? Was haben die neuen gebracht? Wollanden 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 Es gab es noch eine gute Menge. In Russland begegnet man Lenin auf Schritt und Tritt. Noch heute gibt es mehr als 5000 Leninskulturen und Büsten. Der Revolutionsführer ist Teil des öffentlichen Inventars. Obwohl seine Zeit vor 30 Jahren enden sollte. Armenien, die kleinste der ehemaligen Sowjetrepubliken, grenzt heute nicht einmal mehr an Russland. Auf dem Soldatenfriedhof der Hauptstadt Jerewan kommen immer wieder Gräber hinzu. Künden von Krieg und Leid. In der Kaukasusregion lodert seit Jahrzehnten ein Dauerkonflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien. Beide Staaten beanspruchen die mehrheitlich von Armenien bewohnter Region Bergkarabach. Bereits zu Sowjetzeiten waren die Kämpfe um die Gebirgsenklave entflammt. Schießereien und gegenseitige Pogrome mit vielen Toten. Die Union der sozialistischen Sowjetrepubliken, ein Verbund vieler Nationalitäten, konnte diese ethnischen Konflikte nicht befrieden. Mit der Unabhängigkeit der Staaten war der Krieg nicht vorbei. Im Gegenteil. Wer einmal im Krieg war, bleibt gezeichnet. Arvid Avenesian und sein Sohn Gework sind Armenier und leben in Bergkarabach. Sie waren Soldaten, wie auch ihr Freund Chaye Hosepjan. Eigentlich sind sie Zivilisten. Arvid leitet eine Sportschule, sein Sohn studierte Informatik, der Freund ist Geschäftsmann. Die jüngsten Kämpfe endeten mit einer Niederlage, auch weil die Türkei Aserbaidschan militärisch unterstützte. Frieden mit dem Nachbarn Aserbaidschan schien ihnen noch nie so aussichtslos wie heute. Ich bin die der Führung. Also habe ich noch in Stockholm gedacht. Ich habe keine Ohne aus dem Menschen. Die Menschen um die Menschen. Die Menschen um 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 mit dem Menschen. Wir haben eine Ausnahmung mit der Menschen. Wenn man sich um die Zeit inseln zu haben, dann kommt ein bisschen weiter. Und dann gibt es einen großen Sieg. Wenn es 44 jahen, die es für einen Jahr für die Zeit war, dann gibt es keine Zeit. Daher war es nicht so, dass es eine Zeit mehr empfiel. Die Russische Zeit, die die Zeit, Das Kriegsgebet im Sommer 2021. Es herrscht ein brüchiger Waffenstillstand zwischen Armenien und Aserbaidschan. Überwacht wird er, wie an diesem Grenzkontrollpunkt, von russischen Friedenstruppen. Im vergangenen Jahr hatte Aserbaidschan große Teile von Bergkarabach zurückerobert. Armenien musste die Gebietsverluste anerkennen. Diese drei Armenier treffen sich jeden Tag zum Schach. Sie haben die Sowjetunion noch erlebt und sind längst kriegsmüde. Ihr wisst, sie sind unsere Lande, sie sind unsere Lande. Wir haben diese Lande in 30 Jahren, und dann haben sie sie zurückgebracht. Wenn sie nicht waren, haben sie uns zerredet, sie haben uns zerredet. Das ist ein musulmanisches Verhältnis. Ein wirklicher Frieden ist nicht in Sicht. Die Menschen hier fühlen sich Armenien zugehörig. Die Flagge des Landes ist immer dabei. Eine Fahrt mit Gagik Eljazjan ins Kriegsgebiet. Er ist Bürgermeister eines kleinen Grenzdorfes. Heute herrscht Ruhe. Vor einem Jahr verlief genau hier die Frontlinie. Es wurde geschossen. Ein Krieg, der anderswo kaum zur Kenntnis genommen wird. Obwohl er seit mittlerweile drei Jahrzehnten an Europas Außengrenze stattfindet. Vor einem Jahr hier nicht so安全 ist. Aber in der Nacht es gefährlich ist. Denn hier sind die Leute, aber sie müssen sie zu retten. Sie müssen sie zu retten. Vielleicht kommen sie, wenn sie zu retten. Oder sie machen sie. Die Leute hier stehen, die sie zu retten. Dünn sie stehen und sie zu retten. Die Leute hier sind in der Nacht. Die Leute sind in der Arbeit. Die Leute kommen in der Nacht und hier stehen. Und dort stehen die Grenzen. Dort stehen die Soldaten. Dort stehen die Soldaten. Dort stehen die Soldaten. Dort stehen die Aserbaidschan. Dort stehen die Aserbaidschan. Mitten im Kriegsgebiet eine alte Kirche. Während die Aserbaidschaner schiitische Muslime sind, bekennen sich die Armenier zum Christentum. Die Religionen sind wichtiger Teil der nationalen Identität. Und ein Grund der jahrzehnte alten Konflikte? Armenien ist ein kleines Land. Nur 30.000 Quadratkilometer groß. Von der Grenze bis nach Jerevan, der Hauptstadt, ist es nicht weit. Seit Monaten bringt Arvid Avenesian seinen Sohn regelmäßig ins Krankenhaus. Geworg wurde als Soldat schwer verletzt. In der Hauptstadt von Bergkarabach, Stepanakert, ist eine medizinische Nachsorge nicht möglich. In der Zeit mit dem Hans-Hörbun am Lektor befindet sich. Von der Etage derividade novell ist, es ging an die Aserbaidschaner in der Nähe. Und in der huntingze von der Auslösung ich in Hitze. Aber das war die Aser Anita. Und meine Namen gitarren, ich habe den Auslösung Arbeit. Und die Auslösung hat sie gedauert. Nach dem Krankenhaus gehen Vater und Sohn zum Friedhof. Auch bei den letzten schweren Kämpfen 2020 wurden tausende Soldaten getötet. Die meisten noch sehr jung. Fast Kinder. Der Konflikt im Kaukasus hat sich ausgeweitet. Das NATO-Mitglied Türkei unterstützt das muslimische Aserbaidschan, während Frankreich auf Seiten Armeniens steht. Russland bemüht sich um Neutralität, denn Moskau legt auch Wert auf gute Beziehungen zum ölreichen Aserbaidschan. Freiheit und Unabhängigkeit hatten sich die Armenier anders vorgestellt. Vor 30 Jahren wurden aus 15 Sowjetrepubliken selbstständige Staaten. Gestern noch sowjetisches Inland, heute plötzlich Ausland. Die Daseinsberechtigung einer zentralen Regierung in Moskau, die überall ihre Ordnung durchdrückte, hatte sich erledigt. Das nunmehr russische Außenministerium war plötzlich für die Kontakte zu ehemaligen Unionsrepubliken zuständig. Niemand wusste so recht, wie mit der neuen Situation umzugehen war. Die Daseinsberechtigung. Ein schwieriges Erbe. Auf einmal gab es nun zwischen den einzelnen Republiken Staatsgrenzen mit Passkontrollen. Jedes ehemaliges Sowjetland wollte seine eigene Währung. Der Zerfall der Union entwickelte neue Fliehkräfte. Trotz der Trennung bestanden alte Abhängigkeiten weiter. Die gesamte Infrastruktur mit Straßen- und Eisenbahnschienen, mit Stromleitungen, Öl- und Gaspipelines war auf die Bedürfnisse der Sowjetunion und ihres Zentrums Moskau ausgerichtet. Das Institut für Wirtschaft der Akademie der Wissenschaften untersucht die alten und neuen Verpflichtungen. Ruslan Grinberg ist Direktor des Hauses. Der langjährige Vertraute von Mikhail Gorbatschow kommt zu einem klaren Ergebnis. Die Sowjetunion. 1922 als Zusammenschluss der Unionsrepubliken entstanden. Freiwillig. So stand es zumindest in der Verfassung. Doch das Recht auf Austritt wurde nie wahrgenommen. Schon gar nicht war ein Austritt aller Unionsrepubliken vorgesehen. Aber das passierte 1991. Der Staat zerfiel in seine Einzelteile. Der Westen staunte über den rasanten Zerfall. Und 25 Millionen russische Menschen waren erschrocken. Sie fanden sich plötzlich in anderen Staaten wieder. Dazu die Ungewissheit, ob sie dort als Staatsbürger überhaupt Anerkennung finden, sowie Haus und Hof behalten würden. Wladislav Belov ist Direktor des Zentrums für Deutschlandforschungen. Ein Parteigänger Putins ist er nicht. Aber dessen Aussage, der Zerfall der Sowjetunion sei die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts, findet er richtig. Wladislav Belov ist der Zerfall. dass sie leben. Es geht um 25-millionen Russisch-Jahre, die auf der Niemann von heute auf morgen sind, die heute in einem Staat waren, morgen in einem anderen, die oft oft zweiter Formen sind. Das ist natürlich eine Katastrophe. Anfangs wurde versucht, die Trümmer wieder aufzubauen. Das Taurische Palais in St. Petersburg sollte nach dem Zerfall der Sowjetunion Sitz der Gemeinschaft unabhängiger Staaten sein. Eine lose Organisation der ehemaligen Sowjetrepubliken. Allerdings hatten sich die drei baltischen Staaten, Georgien und die Ukraine sofort abgewandt. Und die Gemeinschaft der anderen existiert nur auf dem Papier. Gipfeltreffen gibt es seit Jahren nicht. Die GUS hat keine Macht. Und da haben sie alles gut geschrieben. Aber wenn man jetzt diese Verkaufungen überprüfen kann, dass die Einwanderung, 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 die Einwanderung. Ich wollte nicht Jelzin so nicht zu verankern. Das war prinzipiell. An der Universität im österreichischen Innsbruck arbeitet einer der renommiertesten Russlandkenner des Westens, Gerhard Manggott. Auch für ihn ist die GUS nur der gescheiterte Versuch, das Erbe der Sowjetunion fortzuführen. Obwohl man da in Moskau bei Yeltsin durchaus die Erwartung hatte, dass das so eine Art Konföderation ermöglichen konnte, aber der armenische Präsident damals hat ganz klar gesagt, diese Gemeinschaft unabhängiger Staaten ist ein Vehikel für eine zivilisierte Scheidung. Und das war es auch tatsächlich. Es ist erstaunlich, dass diese Assoziation bis heute fortbesteht auf dem Papier, dass niemand gewissermaßen das Kind totschlagen möchte, die Organisation auflöst, aber sie hat einfach keine praktische politische Bedeutung mehr. Eine besondere Rolle spielt das Baltikum. Estland, Lettland und Litauen waren die ersten, die sich von der Sowjetunion lossagten und seitdem erfolgreich ihren eigenen Weg gehen. Ihr Verhältnis zu Russland ist unterkühlt. Vilnius, die Hauptstadt Litauens. Die Plattform des Fernsehturms ist ein beliebtes Ausflugsziel. Man sieht, wie sich die Stadt verändert. Allein in den vergangenen 20 Jahren entstanden rund 50.000 neue Wohnungen. So viele wie nirgends sonst in den baltischen Staaten. Im Zentrum das Parlament. Seit der Unabhängigkeit heißt es wieder Seimas. Hier arbeitet Ruslanas Baranovas. Der studierte Philosoph ist mitarbeiter einer sozialdemokratischen Abgeordneten. Vor 30 Jahren zählte Litauen 3,7 miljonen Einwohner. Danach begann ein Aderlass. 900.000 Menschen haben das Land verlassen. Vor allem junge Leute, zumeist gut ausgebildet, suchten Arbeit im Westen. Für die kleine Republik ein großes Problem. Trotzdem, die Hauptstadt und das Land geben sich modern. Das jährliche Wirtschaftswachstum lag lange bei etwa 3 Prozent. Und Litauen verfügt über eines der am besten ausgebauten Glasfasernetze Europas. Zugleich sind die Litauer nationalbewusst geblieben. Im Parlament erinnern Fotos an die Unabhängigkeitsbewegung von 1989. Es ist ein nationales Trauma. In Folge des Hitler-Stalin-Paktes wurden die drei baltischen Staaten der sowjetischen Einflusssphäre überlassen. 1940 marschierte die Rote Armee ein. Auch Litauen wurde Sowjetrepublik. Was in der Sowjetunion bestritten wurde, ist für Ruslan Grinberg historische Wahrheit. Es war eine Okkupation. Seit langem fühlt sich Litauen dem Westen zugehörig. Gerade ist im Seimas eine Ausstellung über die sogenannten Waldbrüder zu sehen, die bis 1953 gegen die sowjetischen besatze kämpften. Für die heutige Jugend ist Demokratie selbstverständlich. Auch für Emil Paskoczy Maite. In Deutschland hat sie Erziehungswissenschaften studiert. Vilnius ist ihre Heimatstadt geblieben. Aš kaip tik vakar kalbėjau apie tai su savo senelis ir aš klausiu, kokia galėtų būti išvada, sakykime, po šitų 30 metų Lietuvos nepriklausomybės ir mano senelis iš karto atsakė, kad tai tik tai gera. Tik tai gera, nes mes galime reikšti savo nuomonę laisvai, nes mes gyvename laisvoje šalyje ir kitaip net negali būti. Emil gehör zu einem Verein, der sich einmischen will in die Politik. Jaunimo debatai, debatten der Jugend. Mes dirbtami čia, Lietuvoje, su savo organizaciją debatais, mes organizuojame projektus, kurie yra remiami Europos Sąjungos. Tai reiškia, mes, iš esmės Europos Sąjunga, mes jä, aš gyvenu jä kiekvieną dieną. Aš gyvenu labai dažnai, netgi labiau, net nežinau, yra galima taip pasakyti, kaip Europos pilietė, tam tikrą prasme, nei į Lietuvos. Da ka tai yra visiškai... Die Bindungen Litauans an den Westen wurden von Jahr zu Jahr enger. 2004 ist das Land, wie Estland und Lettland auch, der NATO beigetreten. So wie auch andere Staaten des ehemaligen Ostblocks. Die Militärausgaben in Litauen liegen inzwischen bei zwei Prozent vom Bruttoinlandsprodukt. 2021 wurden im Land NATO-Manöver abgehalten. Das Misstrauen gegenüber Russland, auch ein Erbe der Sowjetzeit. Bis heute lebt im Baltikum eine große russische minderheit und die will auf ihre identität nicht verzichten. Ruslanas Kentas. Sein Vater ist Russe. Aš manyčiau, kad šiandien Rusijos įtaka yra daugiausiai per tai, kas vadinama hybridinės įtakos, ar ne, per televiziją, oder per internetos kanalus, nes, na, reikia suprasti, kad didelį, didelį dalį žmonių in inteleušinio galba, kurie jie moka, yra Rus. Litauen betrachtet Russland als einen potentiellen Aggressor. Und erwartet Solidarität von der NATO und von der Europäischen Union. In Moskau gibt es dafür wenig Verständnis. Auch nicht bei der einflussreichen und kritischen Zeitschrift Russland in der globalen Politik. Militärische Stärke demonstriert Putin trotzdem. Mit eigenen Manövern an der Grenze zum NATO-Bündnis. Das Bedrohungsgefühl wächst. Auf beiden Seiten. Es sind solche Aufmärsche der russischen Armee, die den baltischen Ländern Angst machen. Militärische Macht, eindrucksvoll zur Schau gestellt an Gedenk- und Feiertagen. Wie selbstverständlich nimmt Russland dieses Erbe der Sowjetunion für sich in Anspruch. Noch immer beruht das Selbstverständnis auf Stärke. Die Menschen im eigenen Land sollen stolz sein auf ihre Armee. Der Westen und die NATO abgeschreckt werden. Russland sei eine belagerte Festung, sagte Putin. Also müsse man zusammenstehen. Im vergangenen Jahr gab Russland 4,3 Prozent seines Bruttoinlandsprodukts für sein Militär aus. Das imperiale Denken der einstigen Sowjetunion ist in Russland und keine Vergangenheit. Legitimiert bis heute durch den Sieg der Roten Armee im Zweiten Weltkrieg über Hitler Deutschland. 27 Millionen Tote. Der große Vaterländische Krieg, wie die Russen ihn nennen, ist in fast jeder Familie präsent. Bei Russen genauso wie bei Ukrainern, Belarusen, Kasachen oder Kirgisen. Es ist auch diese Erinnerung, die die heutige Gesellschaft prägt. Wir glauben, dass wir sehr vereinen sind, dass wir sehr vereinen und die Welt sind, die wir sehr vereinen und die Welt verletzten, ist, dass wir sehr vereinen sind. Sie kompensiert diese Werte in die besondere Autorität der Sowjetunion oder der Russen, die meine besondere Zivilisation, die die fühlte, die Bedeutung, die Menschen in der persönlichen Leben kompensiert. Westliche Besucher mag es verwundern. Für die Russen ist es normal, dass Georgi Zhukov, der große Befehlshaber im Zweiten Weltkrieg, sogar in einer Einkaufsstraße prangt. Die Heldenverehrung hat im Russland von heute noch eine andere Botschaft. Nie wieder soll die einst so ruhmreiche Armee ein so beschämendes Bild abgeben wie nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Besonders schlimm stand es um das Atomwaffenarsenal. Zu den Hinterlassenschaften der Sowjetunion zählte auch das Atombombentestgelände im kasachischen Semipalatinsk. Bis 1989 wurden hier fast 500 Atombomben gezündet. Über- und unterirdisch. Weg mit diesen und anderen Atomwaffen. Darin waren sich die Anrainer nach dem Ende der Sowjetunion einig. Die fünf ehemaligen zentralasiatischen Sowjetrepubliken erklärten sich zur atomwaffenfreien Zone. Das atomare Erbe wollten sie nicht. Das Testgelände ist bis heute radioaktiv verseucht. Im Norden von Russland liegt die Doppelinsel Novaya Zemlya. Sie war das zweite große Atombombentestgelände der Sowjetunion. Im Oktober 1961 wurde hier die größte Wasserstoffbomber aller Zeiten über der Insel zur Explosion gebracht. Noch immer liegt in den Gewässern rund um Novaya Zemlya jede Menge radioaktiver Müll. Auch das zählt zum Erbe der Weltmacht. Symbolisch für die russische Armee in den 1990er Jahren die Atom-U-Boote der Nordmeerflotte. In der Seida-Bucht, nördlich von Murmansk, liegt ein ganzer Schiffsfriedhof mit den Atom-U-Booten der sowjetischen Nordmeerflotte. Ein komplettes atomares Waffensystem in katastrophalem Zustand drohte eine Gefahr für Mensch und Natur in ganz Nordeuropa zu werden. Der Westen hatte Angst, angereichertes Uran könnte in die Hände von internationalen Terroristen fallen. Deshalb wurde eine Sicherheitspartnerschaft mit Russland vereinbart. Mehr als 200 Atom-U-Boote wurden fachgerecht verschrottet. Mit Hilfe von deutschen Spezialisten. Heute zeigt Russland wieder Stärke. Investiert in neue Atomwaffen. Der schon in der Sowjetunion etablierte Militär-Industrie-Komplex erlebt eine Renaissance. Den Preis zahlt das ganze Land. Die politische Führung dabei eigentlich vor allem den Irrtum begeht zu glauben, dass eine Großmacht im 21. Jahrhundert sich nur militärisch definiert. Und Russland ist nur militärisch eine Großmacht. Aber nicht wirtschaftlich, nicht finanziell, nicht technologisch, nicht demografisch. In Narilsk, der nördlichsten Grossstadt der Welt, bündeln sich die Probleme der russischen Wirtschaft. Hier wird Nickel produziert. Technik und Anlagen sind veraltet. Arbeits- und Lebensbedingungen sind schlecht. Narilsk gilt als eine der schmutzigsten Städte der Welt. Auch die sozialen Standards sind niedrig. Die Kaufkraft der Menschen in Russland steigt so langsam wie in fast keinem anderen Land Europas. Zwar wird für die Wirtschaft Russlands gerade ein leichtes Wachstum prognostiziert, aber das beruht vor allem auf gestiegenen Rohstoffpreisen. Russlands Unternehmen sind nicht innovativ genug. In die Infrastruktur wird kaum investiert. Viele Verkehrswege sind in desolatem Zustand. Ich kenne mich, dass ich 30 Jahre nicht so lange, wie in der Welt, wie in Kitas. Wie in der Welt, wie in der Welt, wie in der Welt, wie in der Welt. Das ist eine große Herausforderung. Wir sind nur eine Schmerzt, die in der Welt, wie in der Welt. Wir haben eine Schmerzt, die in der Welt, wie in der Welt, wie in der Welt. Ganz anders in China. Am chinesischen Wirtschaftswunder möchte Putin nur zu gern teilhaben. Regelmäßig trifft er Xi Jinping, den Präsidenten Chinas. Erst recht, seit das Verhältnis Russlands zu Westeuropa abgekühlt ist. Gemeinsam betreiben Russen und Chinesen das gigantische interkontinentale Projekt Neue Seidenstraße. Russland hofft, dass sein ferner Osten profitiert. Schon jetzt ist China wichtigster Handelspartner und hat Deutschland von Platz 1 verdrängt. Die Partnerschaft Russlands mit China dürfte inzwischen sogar enger sein als seinerzeit die zwischen der Sowjetunion und der Volksrepublik. China betreibt gegenüber Russland eine sehr vorsichtige Politik in dem Sinne, dass es Russland nicht spüren lässt, dass Russland zumindest im wirtschaftlichen und finanziellen Sektor der Juniorpartner Chinas ist. Weil eine historisch gewachsene Angst Chinas immer war und ist, dass Russland als Swing State sich an die Seite des Westen stellt gegen China. Und das möchte man unbedingt verhindern. Russland hat sich wieder Zentralasien zugewandt, um seine traditionelle Einflusssphäre zu sichern. Die zentralasiatischen Republiken sehen das nicht ungern, auch um ein Gegengewicht zum übergroßen Nachbarn China zu haben. Noch ruht sich die russische Wirtschaft auf den Bodenschätzen aus. Die bringen dem Staat das meiste Geld. Der Anteil von Kohle, Erdöl und Erdgas an den Exporteinnahmen liegt bei rund einem Drittel. In einigen Energiekonzernen ist der Staat zugleich großer Aktionär und bestimmt den Kurs mit, wie schon früher. Ich denke, das meine größte Problem ist, dass die ganze Atmosphäre in der Wirtschaftsfähigkeit der Gesellschaft ist. Es ist ein großer Straf, dass die Wirtschaftsfähigkeit sehr stark ist, dass die Wirtschaftsfähig sehr unter einem sehr государственlichen Beziehung liegt. Die Hurra-Rufe auf die großen Aufbauprojekte der jungen Sowjetunion und auf die Kraft des Kollektivs heilen immer noch nach. Denn Kommunismus sollten alle aufbauen. Der Einzelne hatte sich unterzuordnen. Der Westen ist uneins, wie er mit dem neuen Russland umgehen soll. Beispiel die Nord Stream 2 Ostsee-Pipeline. 9,5 Milliarden Euro teuer, bereit zur Nutzung und doch noch umstritten und mit Sanktionen belegt. Die Ukraine hatte wahrscheinlich die besten Voraussetzungen beim Start in die Unabhängigkeit. Doch das Land steckt heute in der Krise. Auch Präsident Volodymyr Zelensky ist es nicht gelungen, die Erwartungen der Menschen an Wohlstand und Frieden zu erfüllen. Das Land gilt heute als das korrupteste in Europa. Die Ukraine ist kaum bündnisfähig für Westeuropa. Der Staat ist tief gespalten. Während die Menschen im Westen der Ukraine mehrheitlich einen Beitritt zur NATO und zur Europäischen Union befürworten, fühlt sich der Osten mit Russland verbunden. Besonders in den zu Sowjetzeiten industrialisierten Gebieten um Luhansk und Danetsk, im sogenannten Donbass. Hier begannen die Proteste gegen die Regierung in Kiew. Anti-Ukraine-Demonstrationen der russischen Minderheit. Getrieben von der Angst, in einer pro-westlichen, nationalistischen Ukraine diskriminiert zu werden. Es ist eine starke Minderheit. Acht der 42 Millionen Einwohner in der Ukraine sind Russen. Aus den Protesten wurde mit Unterstützung aus Russland ein separatistischer Aufstand. Ein Bürgerkrieg, der ganz Europa beunruhigt. Der Donbass nie war nicht ucranischem, s точки зрения языka, traditionen und so weiter. Meine Mutter ist von Vostok-Ukraine. Meine Mutter ist aus Kazak, aus Zaporoskischen, die in Dön bereselten. Wenn ich in die Stadt kam nie wusste, ich bin 5-jähriger Kind. Ich bin, wer ich? Meine Mutter ist ucranisch, Papa ist русlich, so wie ich. Aber bei meiner Mutter, meine Eltern, die wir uns verletzen, die westliche Ukraina, die westliche, die 100%. Papa, der Papa, der Russische. Wer ist das? Symbolträchtiger Ort der Auseinandersetzungen in der Ukraine war der Maidanplatz in Kiew. Hunderttausende gingen 2014 auf die Straße und forderten eine Politik weg von Russland hin zum Westen. Die Ukraine war zwischen die Fronten geraten. Hin- und hergerissen zwischen der EU und Russland. Als nationalistische Kräfte die Regierung immer mehr auf eine radikale Abkehr von Russland drängten, betrachtete Moskau das als Provokation. Schauplatz einer Eskalation im russisch-ukrainischen Konflikt wurde 2014 die Halbinsel Krim im Süden der Ukraine. Heute betrachtet Russland sie als Teil seiner Föderation. Eine neue, riesige Brücke soll die Krim und Russland noch näher zusammenbringen. Der Bau soll aller Welt zeigen, wir haben uns die Krim zurückgeholt. Russland demonstriert seine Macht gegenüber den ehemaligen Unionsmitgliedern, vor allem dann, wenn sie sich abwenden. Mit Unterstützung Russlands hatte die überwiegend russischstämmige Bevölkerung zuvor ein separatistisches Parlament gewählt. Im Ergebnis erfolgte die Angliederung an Russland. Für Westeuropa eine völkerrechtswidrige Annexion. Für Russland eine freie Entscheidung der meisten Menschen auf der Krim. Der Westen verhängte Sanktionen gegen Russland, von denen sich Putin nicht beeindrucken ließ. Er hat ein Bedrohungsszenario abgewehrt. Eine westlich orientierte Ukraine, in der womöglich NATO-Militär steht. Direkt vor Sevastopol, dem traditionellen Stützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte. Die kann in den Krim verbreiten werden, dass die Krim verbreiten in Kier ist. Die Schwarzmeigkeit in Kier in Kier in 2014 in Kier in Kier in Kier, in der Maldanbezüge, dass die Ukraine in Kier установилась anantirussische Bundeswehr verbreiten. In diesen условniensten, dass der Черnomorf-Fahrer wird, oder dass er aus Krim aus Krim wird, wurde praktisch garantiert. Von historischen und geopolitätschischen und военных, Россия nicht konnte, dass er aus Krim aus Krim war. In Russland ist kaum jemand zu finden, der die Krim nicht als Teil des russischen Territoriums ansieht. Ein neuer russischer Patriotismus hat Einzug gehalten. 30 Jahre nach dem Ende der Sowjetunion. Bei manchem vielleicht auch befördert durch die Erinnerung an die einstige Größe. Das war eine große Lande. Aber wir haben eine große Lande, aber wir haben eine große Lande. Meine Eltern, wenn sie über den Sowjetunion sprechen, immer mit der Sowjetunion. Und alle sehr светlige Erinnerungen, die ihre Leben, die mit der Sowjetunion sind, sind sie mit der Sowjetunion. Die Sowjetunion, die für uns bereits überrascht. war dass sie gar nicht nur nadeli bula so viel drüber moskau der arbat eine der bekanntesten einkaufsstraßen das erbe der verblichenen großmacht als souvenirs für touristen wladimir putin der ex kgb-mann an der spitze des staates fortführer und bewahrer des erbes seiner vorgänger er nutzt die werte den rom und die erfolge der sowjetunion sie sollen auf das heute strahlen putin steht fest in der reihe seiner vorgänger und ist auch das ergebnis ihrer zeiten in den 1990er jahren hatten die russischen bürger mit ihrem präsidenten baris jelzin auf ein besseres leben gehofft auf eine wunderbare zukunft war очень простое представление о будущем коммунистов прогоним коммунисты уйдут и наступит жизнь но и хорошая каждый думал что все хорошее что было в социализме сохранится и к этим преимуществам прибавится еще две очень важные истории во первых потребительский выбор и во вторых свобода это уже полное счастье der übergang von sozialistischer kommandowirtschaft zu kapitalistischer marktwirtschaft vollzog sich als harter bruch anna urumian ist heute eine erfolgreiche unternehmensberaterin die zeit damals erlebte sie als schocktherapie нужно отдать должное ведь мы жили в советской системе частная собственность она не воспринималась и у нас до сих пор есть как отголоски специфическое отношение даже в россии сейчас к частной собственностью и там к предпринимательству а представьте это тогда когда в предпринимательство ринулись или были вынуждены идти люди занимавшиеся там совершенно другим и наука и культурой потому что жить и выживать хотелось всем и приватизация по сути дела это элемент такой шоковой терапии ренера на жеркотия ренера на речке ренера на китайские ренера на китайские на декабы и на начале ри цель NPT ренера 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 и ренера от рат на р об о Das Bruttoinlandsprodukt halbierte sich. Die Kindersterblichkeit nahm erschreckende Ausmaße an. Die Lebenserwartung war niedriger als in der dritten Welt. Dazu eine nie dagewesene Korruption der politischen Führung. All das hat in den Augen der meisten Russen und Russinnen das Wort Demokratie und das ganze Konzept Demokratie diskreditiert. Demokratie wurde gewissermaßen fast zu einem Schimpfwort angesichts der Erfahrungen, die die Bevölkerung mit der angeblichen Demokratie in den 90er Jahren gemacht hat. Und wir sehen eigentlich heute noch, dass, wenn man Meinungsumfragen ansieht, unabhängige Institute, dass nur etwa ein Fünftel der russischen Bevölkerung sich dafür ausspricht, in Russland eine Demokratie nach westlichem Vorbild zu installieren. Was halten die russischen Menschen von ihrem Staat? Eines der bekanntesten Meinungsforschungsinstitute, das Levada-Zentrum, fragt regelmäßig nach. Unabhängig vom Staat und deshalb mit Argwohn beobachtet. Als Püten killed und dann aber auch die Lord des können, was das Liedsing-Versch seus He 인데ес macht, wenn wir gefragt haben, was der Welt einst, was gleich nocht? Das ist vorall, was der Fall ist, was er? Was鹿 Wolle ist, was das Liedsing-Verschrais ist, aber es gibt, was der Fall ist, was der Land hat sich nach der Welt einst. Und das Liedsing-Verschöne ist, nach der Welt ist. like, die Welt der Land, die Sätten auch in der Land belut ist. Im Jahr 2000 begann die erste Amtszeit von Wladimir Putin. Und er zog leicht die Zügel an. Den mächtigen Oligarchen machte er klar, dass neue Zeiten angebrochen waren. Einerseits garantierte er ihnen ungehinderte Geschäftstätigkeit und keine Enteignung. Andererseits forderte er uneingeschränkte Loyalität. Seine Botschaft, ihr haltet euch raus aus der Politik, dann lasse ich euch in Ruhe. Die allermeisten Russen applaudierten. Genauso war es, denn die Oligarchen waren verhasst. Diese sogenannte Privatisierung 1995 mit der Losung Aktien für Kredite war alles andere als transparent, als sauber. Es war eine schmutzige Vorgangsweise, die hier in Koalition mit dem Staat vorangetrieben wurde. Die Oligarchen waren mit ihrem großen Reichtum in einem Land, das von Armut und sozialer Krise geprägt war, völlig verhasst. 2018 wurde Wladimir Putin zum vierten Mal als Präsident vereidigt. Möglich durch eine Verfassungsänderung und zelebriert mit nahezu byzantinischem Pomp. Anwesend auch Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder, der Putin schon mal als lupenreinen Demokraten bezeichnet hatte. Nein, das hat er von sich nie gesagt. Also er hatte eine klare Vorstellung, wie er den Staat ordnen möchte. Mit einer starken, zentralen Führung im Präsidentenamt. Das war auch durchaus etwas, was in der Bevölkerung auf ein Echo gestoßen ist. Gegen Ende der Sowjetunion war die kommunistische Partei von einer alles beherrschenden Staatspartei zur reinen Machtpartei erodiert. Aus ehemaligen kommunistischen Spitzenfunktionären wurden über Nacht neue Minister und Präsidenten. Das personelle Erbe der Sowjetunion. Das war es, welche Partei- und Partei- und Partei- und Partei- und Partei- und Partei. Und genau das war? Warum? Die Leute, die wir governmentariano waren, die eine entsprechende Beilage zu gehen, die sie gewaltt hatte. Und sie wussten, wie es zu dieser Beilage bei dieser Be!. Vielleicht war da auch eine Sehnsucht nach dem vertrauten Korsett der Sowjetdiktatur, als Widerrede oder gar Protest nicht geduldet waren. Die Kommunistische Partei bestimmte den Kurs, das Volk hatte zu gehorchen. Die heute führende Partei in Russland heißt Jedinaya Rassiya, einiges Russland. Es ist die Partei Putins. Bärenstark soll sie sein, Gegner werden nicht geduldet. Ein Mitbegründer der Partei war Verteidigungsminister Sergej Shoigu. Die heutige Regierungspartei betreibt Politik ähnlich wie die alte Kommunistische Partei, herrschaftsorientiert. In irgendeiner Weise, ja. Denn in Yeltsin war eine Schutte, welche Partei wir nicht bauen würden, wäre KPSS. Also keine Erinnerung. Aber andererseits, der politische Verhältnis und die russische Systeme der Regierung ist viel mehr plastisch, als die советische. Sie ist kapitalistisch. Auch Belarus, ehemals Weißrussland, wird zentralistisch autoritär regiert. Im Herbst 2021. Tausende Geflüchtete aus Syrien, Irak und Afghanistan wurden vermutlich auf Anweisung von Präsident Lukaschenko zur litauischen und polnischen Grenze durchgeleitet. In diesem Grenzkonflikt um Geflüchtete an der EU-Außengrenze hält sich Russland zurück. Belarus, gelegen zwischen Europäischer Union und Russland. Auch wegen gemeinsamer Geschichte und verwandter Sprache, früher ein verlässlicher Bündnispartner Russlands. Jetzt ein Wackelkandidat. Schon die Staatsflagge macht kein Hehl aus der politischen Nähe zur einstigen Sowjetrepublik. Nur Hammer, Sichel und Stern wurden getilgt. In der Hauptstadt Minsk, wie im ganzen Land, ist die Sowjetunion präsent. Es herrscht eine staatlich gelenkte Plan- und Kommandowirtschaft. Demokratische Strukturen fehlen. International wird die Zensur der Medien kritisiert. Seit 1994 regiert Alexander Lukaschenko das Land. Ein ehemaliger sowjetischer Politoffizier und Direktor eines Savchos, eines Staatsguts. Nach der Präsidentenwahl vor einem Jahr wurde ihm vorgeworfen, das Ergebnis manipuliert zu haben. Hunderttausende Menschen gingen auf die Straße, forderten Demokratie und seinen Rücktritt. Lukaschenko erwies sich einmal mehr als Diktator im Amt. Er ließ Polizei und Sicherheitskräfte mit brutaler Gewalt gegen die Demonstranten vorgehen. Die Oppositionsbewegung wurde niedergeknüppelt. Lukaschenko und Putin treffen sich zwar. Aber von einer Zweierunion beider Staaten ist kaum noch die Rede. Lukaschenko braucht Geld für sein politisches Überleben. Und Putin will vermeiden, dass die Proteste von Minsk nach Moskau überschwappen. Sie trauen einander nicht. Lukaschenko gilt als unzuverlässig, er gilt als außenpolitischer Opportunist. Aber man hatte auf russischer Seite eben keine personelle Alternative zu Lukaschenko. Also hält man an ihm fest und hat all die Ressourcen bereitgestellt, die es ihm erlaubt haben, bis heute an der Macht zu bleiben. Aber mittelfristig ist Russland an einem Machterhalt Lukaschenkos nicht interessiert. Auch in Kasachstan regierte lange Jahre ein Präsident mit autokratischen Neigungen. Nur mit anderen, günstigeren Voraussetzungen. Denn Kasachstan ist dank Öl und Gas das reichste Land der Region. Auf dem Reißbrett entstanden ist die Hauptstadt Nur-Sultan, benannt nach dem ersten Präsidenten Nur-Sultan Nazarbayev. Der langjährige Führer der Nation war zu Sowjetzeiten Mitglied des Politbüros der Kommunistischen Partei. Anders als Kasachstan taten sich die ehemaligen armen Sowjetrepubliken Usbekistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan und Tatschikistan anfangs schwer mit der neuen Freiheit. Zu groß war die Abhängigkeit von der Zentralmacht in Moskau. Millionen Menschen aus den ehemaligen Sowjetrepubliken in Zentralasien sind in Russland als Wanderarbeiter beschäftigt. Vor allem in den Großstädten Moskau und St. Petersburg. Sie schuften auf Baustellen, im Dienstleistungsgewerbe oder in der Landwirtschaft. Menschen aus dem Kaukasus sind als Händler unterwegs. Ihr Lohn ist für die Familien daheim meistens die wichtigste Einnahmequelle. Von den Russen werden sie oft als Tschörnie, als die Schwarzen rassistisch verunglimpft. Eine weit verbreitete Diskriminierung der Wanderarbeiter, die von Meinungsforschern so bestätigt wird. Der Kaukasus ist sehr hoch in Russland. Es ist besonders in der Kaukasus in der Kaukasus. Der Kaukasus fühlt sich stärker in den Kaukasus, wo es der Kaukasus für die Migranten ist. Denn die Kaukasus starten in konkurrenzieren in der Kaukasus in der Kaukasus. Die meisten der Wanderarbeiter kommen von hier, aus Kyrgyzstan. In Bishkek, der Hauptstadt, ein Leben zwischen Islam und sowjetischem Erbe. Der Kaukasus ist schon lange weg. Was ist das? Es war gut. Es war gut. Die Russen waren die erste Sorte, die Kyrgyzstan waren die zweite Sorte. Jetzt leben wir normalerweise. Wir leben normalerweise in der Demokratie. Ein Vorort, früh am Morgen. In einem der Häuser wohnt Rita Ergeshova. Sie ist von Beruf Schneiderin. Ihr Mann und zwei ihrer fünf Kinder leben und arbeiten in Russland. Auch sie selbst war einige Jahre dort. Gemeinsam mit Tochter Sartanath fährt sie zur Arbeit auf den Bazar. Dort besitzt Rita Ergeshova einen kleinen Laden für Damenwäsche. Gekauft vom Ersparten ihrer Arbeit in Russland. Gekauft vom Ersparten. Gekauft vom Ersparten. Gekauft vom Ersparten. Die Kinder haben gearbeitet. Sie haben gearbeitet. Die Kinder haben gearbeitet. In jeder Familie werdet. In jeder Familie. Ich weiß nicht, ob das Mann, ob das Frau, ob das Mann, ob das Mann. Der Islam im Land ist ein wiederbelebtes, vorsowjetisches Erbe. Daneben besteht eine starke russisch-orthodoxe Kirche. Die jahrhundertealten einheimischen Helden werden verehrt, ebenso wie die aus Sowjetzeiten. Kyrgyzstan hat 6,5 Millionen Einwohner, davon 800.000 Russen. Neben Kirgisisch gilt auch Russisch als Amtssprache. Die Hinwendung vieler Kirgisen zum Islam kann Rita nicht verstehen. Auf Druck muslimischer Männer würden immer mehr Frauen nicht mehr arbeiten gehen, sondern sich mit einem Leben als Hausfrau begnügen. Ich denke, in der Sowjetunion gab es mehr Frauen. Aber jetzt ist es nicht so. Jetzt sind viele Frauen in Islam zurückgegangen. Ich denke, dass es mir sogar nicht mag, dass diese Frauen in den Hidjab haben. Jetzt sind viele Frauen. Jetzt haben sie keine Sprache. Ich denke, das ist mein Ja. Im Süden des Landes leben viele Usbeken. In der Vergangenheit kam es zwischen ihnen und den Kirgisen auch zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. Eine Ursache, die unterschiedliche Auslegung des Glaubens. Die Usbeken legen ihn sehr streng aus. Die Kirgisen praktizieren den Islam eher entspannt. Der Islam braucht. Für alle braucht es. Aber nicht durch die Kirgisen. Nicht durch die Kirgisen. Die Religion ist wichtig. Ich denke, dass das Menschen wichtig ist. Die Religion ist auf dem zweiten Plan. Es ist wichtig. Heute erstrahlt in Kirgistan der Islam in neuem Glanz. In Jalalabad ist der Usbeke Alaya Madaliev Imam. Noch in der Sowjetunion hat er sein Theologiestudium abgeschlossen. Als Imam ist der 66-jährige nicht nur religiöses Oberhaupt, sondern auch eine Art Bürgermeister in seinem Stadtteil. Wie am vom vom Kyrgyzstan definiert sich selbst als säkularen Staat. Doch wie stark der Einfluss eines radikalen Islam werden könnte, ist nicht abzusehen. Imam Madaliev predigt einen moderaten Glauben. Jeden Freitag sind die Moscheen gut gefüllt. In der atheistischen Sowjetunion Die Sowjetunion bezog der Imam als Staatsdiener ein monatliches Gehalt. Heute verdient er sein Geld mit einer moscheeigenen Bäckerei und einer Fleischerei. Er erhält Spenden und betreibt eine kleine Landwirtschaft. Sogar er, der Imam, muss nach Feierabend aufs Feld, um Hoy zu machen. Alltag für einen religiösen Führer in Kyrgyzstan. Madaliev vermisst die Sowjetunion. Weitere Kinder haben Shorementen die Einen vor der�jischen crab harden. Die sind inaba wunderschönen bindet sich dafür im Haus. Die sind in Deutschland und in Hessen waren die Hofrie im Israel getrennt. Zurück in der Hauptstadt, Bishkek. In diesem Gebäude arbeitet eine Nichtregierungsorganisation. Eine der Aktivistinnen ist die Nara Oshurachunova. Die Frauen engagieren sich für mehr Demokratie und gegen Korruption. Für sie ist die erste Aufgabe. Ich weiß nicht, dass sie nicht nur umdrehen können, sondern auch umdrehen können, dass sie in der Politik ein Business machen können. Dass eine Nichtregierungsorganisation öffentlich für ihre Ziele werben kann, zeichnet die kirgisische Gesellschaft gegenüber anderen in Zentralasien aus. Aber die Nara Oshurachunova, die Lehrerin für russische Sprache, will sich noch mehr einmischen. Sie unterstützt die neue Partei Reform, weil es, so sagt sie, zu wenig wirklich demokratische Parteien gibt. Bishkek und Jalalabad liegen tausende Kilometer von Moskau entfernt. Dennoch schaut der Kreml sehr aufmerksam auf die Gebirge und Steppen von Zentralasien. Denn nicht weit weg von Kyrgyzstan befindet sich ein gefährlicher Krisenherd. Afghanistan. Aus russischer Sicht sind diese zentralasiatischen Staaten die weiche Südflanke, also die leicht penetrierbare, unterwanderbare, destabilisierbare Südflanke Russlands. Und nachdem diese Staaten ja auch einen visafreien Grenzverkehr mit Russland haben, ist ein Einsickern von Islamisten in die zentralasiatischen Staaten gewissermaßen die offene Tür für das Einsickern auch in Russland. Wegen der islamistischen Terrorbedrohung ist ein von Russland geführtes Militärbündnis wieder aktiv geworden. Neben Russland und Belarus gehören diesem Bündnis Tadjikistan, Armenien, Kasachstan und Kyrgyzstan an. Gerade fanden große Manöver in Tadjikistan statt. Russlands Einfluss in Zentralasien nimmt wieder zu. An den Rändern des ehemaligen Vielvölkerstaates versteht sich die russische Armee schon lange als Ordnungsfaktor. Dort wurden seit Ende der Sowjetunion Kriege um die Macht geführt, immer wieder unter Beteiligung russischer Truppen. In der heutigen autonomen tschetschenischen Republik wurden sie gar nummeriert. Der erste begann unter Yeltsin. Nach Friedensverhandlungen führten die islamistischen Machthaber die Scharia ein und attackierten eine Nachbarregion. Wieder griffen die Russen ein. Es begann der zweite Krieg. Sowohl der russischen Armee wie auch den von ausländischen Islamisten unterstützten Separatisten wurden schwere Kriegsverbrechen zur Last gelegt. Tschetschenische Separatisten und Islamisten trugen den blutigen Konflikt in die gesamte Kaukasusregion und bis nach Moskau. Anfang der 2000er Jahre Bombenanschläge und Flugzeugsprengungen. Geiselnahmen in einem Moskauer Theater und in einer Schule in Beslan. Hunderte Zivilisten starben. Der russische Staat im Alarmzustand. Für Wladimir Putin die Gelegenheit, sich im Amt zu beweisen. Mit Härte und Populismus. Russland verhandelt nicht mit Terroristen. Es vernichtet sie. Die Journalistin Anna Politkovskaya hatte immer wieder über die Brutalität des Tschetschenienkrieges und über Korruption in der russischen Armeeführung berichtet. Im Oktober 2006 wurde sie vor ihrer Moskauer Wohnung erschossen. Waren politische Kreise des Kremls oder tschetschenische Anführer für die Bluttat verantwortlich? Trotz Gerichtsverfahren und Urteilen wurden die wahren Drahtzieher nicht ermittelt. Der Mord wurde in Russland auch als Warnung an Regimekritiker verstanden. Es ist ein Prinzip, das an sowjetische Machtmechanismen erinnert. In den 60er Jahren entstand der Begriff des Homo sowjeticus, des Sowjetmenschen, der geprägt ist von kollektiven Werturteilen und Haltungen. Für viele Menschen in den einstigen Sowjetrepubliken sind diese Prägungen bis heute gegenwärtig. Warten sind die Stämme und die Sowjetbeschreibung. Die Sowjetenschreie betrifft, der mit einem stören zu leben. Putin leistet diesen alten Werten Vorschub. Mit ihm besann sich Russland ganz offiziell wieder auf Teile des Erbes der Sowjetunion. Am 30. Dezember 2000 wurde die Hymne der Sowjetunion mit neuem Text wieder eingeführt. Das alte Nutzen, wenn es dem Machterhalt des Neuen dient. Nur eines ist heute komplett anders als in der Sowjetunion. Nicht mehr eine allmächtige Partei erteilt den Segen. Putin, das ehemalige Mitglied der Kommunistischen Partei, fühlt sich längst an anderer Stelle gut aufgehoben, bei der russisch-orthodoxen Kirche. Sie hat am erstarkten konservativen Wertesystem in Russland nichts auszusetzen. Vor 30 Jahren wurde die rote Flagge der Sowjetunion vom Kreml eingeholt. Kaum jemand protestierte damals. Russland Russland ist der größte Nachfolgestaat. Noch immer sucht es seinen Weg zwischen Europa und Asien. Insgesamt eine sehr unübersichtliche, sehr schwierige Entwicklung, die dazu geführt hat, dass Russland zwar wieder als Machtfaktor in der internationalen Politik anerkannt wird, aber Russland hinter dem zurückgeblieben ist, wo es mit einer klugen Führung heute sein könnte. Die sowjetische Symbolik im Alltag des heutigen Russlands suggeriert mehr Gemeinsamkeiten zwischen dem damals und dem heute. Für viele sind die alten Symbole inzwischen vor allem erinnerungen an bessere Zeiten. Russland hat eine sehr unerdeckende die Welt, die er mitgebracht hat. Russland hat eine sehr starke Gesellschaft. Russland hat eine sehr starke Gesellschaft. demokratie aller westeuropa ist nicht die russische idee der gegenwart der stolz auf die russische größe die besinnung auf gemeinsame traditionen das alles soll das land stark machen deswegen есть ностальгия по детству по школьным годам по студенческим но это связано в меньшей степени советским союзом путин правильно сказал кто хочет возвращения советского союза того нет ума кто не жалеет о том времени у того нет сердце 30 jahre sind seit dem ende der sowjetunion vergangen vladimir putin ist inzwischen in seiner vierten amtszeit als präsident russland beansprucht ganz selbstverständlich den platz der einstigen sowjetunion und ist doch isolierter als es vor drei jahrzehnten möglich schien страна развивается страна хочет развиваться и есть этот потенциал главное его не тормозить и поддерживать я считаю что нет никакой альтернативы возвращению нового мышления новое новое мышление и общие европейские ценности от владивостока до lissabона 30 jahre nach dem ende der sowjetunion sind an die stelle der träume von einst neue realitäten getreten enttäuschungen gibt es in ost und west ob der zerfall der sowjetunion am ende tatsächlich eine geopolitische katastrophe oder doch eher eine neue chance war die manche der nachfolgestaaten erst spät zu nutzen wissen kann erst die zukunft zeigen